Ich bin jetzt Hank, also gib mir Tipps. Ähm, schieß einfach. Ach, schon wieder in New New York. Aber die Map find ich eigentlich ganz cool. Ja. Das ist der beste Charakter, squishy as fuck, aber macht oft damage wie sonst was. Ich liebe ihn. Alter, es macht so... Alter, Wax ist geil. Das ist meine neue Wifu, Alter. Die ist so schnell. Wifu, Alter. Wax einfach. Ja. Die ist so OP, Alter. Oh, shit. Alter. Da bin ich grad gerecht. Perfektes Timing, Alter. Okay, jetzt verkleiden, jetzt verkleiden. So, alrighty. Macht euch ready. Jetzt geht's hier ab. LOL, Will.i.m ist im Gegner-Team. Watt, Alter. Schreib uns in meine Videobeschreibung. In meine Videobeschreibung. Die Videobeschreibung als Titel. Ah, ich bin weg. Ich kann mich selber ein bisschen healen. Hier! Ich töte grad Will.i.m. Will.i.m. Renn doch nicht weg. Er liegt am Boden. Nein, er lebt wieder. Leute, wo seid ihr? Bitte helft mir. Mach ich grad. Oh mein Gott, perfekt. I'm too good for this game. Ey, genauer dich gerufen abkommst du, ey, Miki. Nein! Schon wieder? Haps, 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 haps. Alles Gutes. Oh mein Gott, das Deck wird immer größer. Ich bin am Arsch. Wo kann ich mich healen? Wo bin ich healen? Mann, warum bin ich so langsam? Oh, ich pawn einen kleinen. Ich pawn einen einzelnen. Levenete gepaunted, Alter. Get pawned. Mein Roboter wurde gefickt. Du nimmst ihn einfach mit. Ja, ich pawn ihn jetzt. Stirf! Ja, bitches. Wir müssen immer schon mitgehen. Nein, ich werde gesurft. Ach, das bist du hier. Ja, ich hab's gesehen. Warte, jetzt pawn ich ihn zurück. Ey, die sind übelst bad, ne? Ich hab jetzt drei Leute hintereinander gepaunt. Wuh, ich pawn jetzt auch. Jetzt wird gepaunted, Alter. Hier, Hank ist am Start. Hank paunt, Hank. Tschüss, gib dir. Ja, schon wieder Will.i.am. Komm her Will.i.am. Ist das Will.i.am? Ist das der echte Will.i.am? Ist das der echte? Natürlich. Er ist der Tote. Ich nehm wieder mit. Komm, werd gepaunt, du Bitch. Hä, ich wurde in... ist denied. Ey, Miki, warum ist sie immer... Will.i.am wird gepaunt. Ja, das ist gut. Ich pawn Will.i.am. Das macht Will.i.am in dem Gegner-Team. Weißt du, mir ist auch geil, wenn wir hier Fergie und sowas im Gegner-Team hätten. Ja, Mann. Dann würden wir einfach die ganze Black-Up-Ride ausnehmen. Oh mein Gott, ich bin so Greg. Aber ich kann mich hier, ich kann mich hier. Ich seh's, ich versuch's. Gut. Will.i.am. Komm her. Ich phone grad wieder Will.i.am. Und ich werd angegriffen, Leute. Und tot. Nice. Oh, hab, hab, hab wegs. Was, ich mach mal den Roboter drauf. Paunzi, Paunzi, Paunzi. Nimm sie einfach mit. Will.i.am. Oh, ich leb wieder, ich leb wieder. Alles cool, alles cool. Oh, was passiert hier, Alter? Das ist ja mega heftig, Alter. Das ist so schnell. Ey, Hank, ist mega heftig. Ich pounde, ich pounde, ich pounde, ich pounde. Ich pounde auch grad, Alter. Ey, das Game ist eigentlich auf unserer Seite kaum. Gerade zumindest, ja. Will.i.am. Oh, Alter. Will.i.am. Pwn ihn, Pwn ihn, Pwn ihn. Okay, ich pounde ihn. Helf mir hoch. Wie kann ich dir hochhelfen? Ich kann dich mitnehmen. Alter, was ist das? Ich hab grad, ich dreh grad die Hübels durch. Hast du's gesehen? Ich ganz. Alter, erstmal Pwn, Alter. Oh, oh, oh. Verdeid ich mich. Will.i.am. Komm her. Nice. Nein, nein, nein. Armin, da ist der nächste. Ist der B. Oh, oh. Und sie auch. Helf mir weg. Wir haben nicht gewonnen. Nein, helf mir. Oh, warte, ich pounde, ich pounde. Verteidige, verteidige bitte. Okay. Oh, wann wir das denn bekommen? Oh, yeah, 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 yeah. Das ist nice. Nice. Complete Victory. Das war ne richtig schöne Runde mit Hank. Tom Hanks gegen Will.i.am, Alter. Ich hab einfach neun Kills und sechs Pawns, Alter. Wo sieht man das? Sechs Pwns. Achso, ich hab vierzehn Kills, sechs Pawns. Fünf Saves. Das war heftig. Komm, noch eine Runde Hank. Micky, warst du Rage-Modus oder was? Ich war mega Rage-Modus, Alter. Ich war sowas von auf Crack hier gerade. Das hat mir mega gefallen. Det ist echt gut. Ich war nicht wie lange mit den Runden.